Was machen wir dann? Wir dürfen dir jetzt etwas sagen, Konstantin. Du bist, glaube ich, hier der jüngste Besucher der Ausstellung. Und wie hat es dir gefallen? Naja, mit der Reiswaffel ganz gut eigentlich. Ziemlich abstrakt, so eine Reiswaffel, ne? In kleine Teile gesplittert und dann wieder zusammengesetzt. Ge-Konstruktivismus. Tschüss! Tschüss!